Fühlen Sie sich in einer Beziehung gefangen, die sich einfach nicht richtig anfühlt? Wachen Sie jeden Morgen mit einem Knoten im Magen auf und fragen sich, ob Sie mit der falschen Person zusammen sind? In diesem Video werden wir die verräterischen Anzeichen dafür erkunden, dass Sie möglicherweise in der falschen Beziehung sind und wie dies zu tiefsitzendem Leiden und überwältigender Einsamkeit führen kann. Viele Menschen finden sich in Partnerschaften wieder, die ihre Energie rauben, ihren Geist brechen und sie innerlich leer zurücklassen. Aber warum bleiben wir? Oftmals ist es, weil wir Angst haben, allein zu sein oder weil wir uns eingeredet haben, dass es besser wird. Doch hier ist die bittere Wahrheit. In einer falschen Beziehung zu bleiben, kann weitaus schädlicher sein, als allein zu sein. Denken Sie darüber nach. Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, eine Maske aufzusetzen, wenn Sie mit Ihrem Partner zusammen sind? Finden Sie sich ständig dabei, auf Eierschalen zu gehen, aus Angst, Ihre wahren Gedanken und Gefühle auszudrücken. Dies sind nur einige der Warnsignale, die wir in diesem Video besprechen werden. Es geht aber nicht nur um emotionalen Schmerz. Eine schlechte Beziehung kann auch ernsthafte Auswirkungen auf Ihre körperliche Gesundheit haben. Von schlaflosen Nächten bis hin zu unerklärlichen Schmerzen. Ihr Körper könnte schreien, was Ihr Herz zu leugnen versucht. Im Laufe dieses Videos werden wir acht Schlüsselbereiche untersuchen, die oft betroffen sind, wenn Sie in der falschen Beziehung sind. Wir werden untersuchen, wie Ihre Intuition, Ihr emotionales Wohlbefinden, Ihre körperliche Gesundheit und sogar Ihre Denkfähigkeit darunter leiden können, wenn Sie mit der falschen Person zusammen sind. Denken Sie daran, eine gesunde Beziehung sollte Sie aufbauen, nicht herunterziehen. Sie sollte Freude in Ihr Leben bringen, nicht ständige Traurigkeit. Am Ende dieses Videos werden Sie ein klares Verständnis der Anzeichen haben, auf die Sie achten sollten und den Mut, die richtige Entscheidung für Ihr Wohlbefinden zu treffen. Sind Sie bereit, einen ehrlichen Blick auf Ihre Beziehung zu werfen und möglicherweise Ihr Leben zum Besseren zu verändern? Lassen Sie uns eintauchen und das erste Anzeichen erkunden, Ihre anfängliche Intuition. Ihr Bauchgefühl ist ein mächtiges Werkzeug, das oft subtile Hinweise aufnimmt, die Ihr bewusster Verstand übersehen könnte. Wenn es um Beziehungen geht, kann diese anfängliche Intuition lebensrettend sein, indem Sie sie vor möglichen Problemen warnt, bevor Sie zu tief verwurzelt sind. Denken Sie an die frühen Tage Ihrer Beziehung zurück. Haben Sie ein Gefühl des Unbehagens oder Zweifel verspürt? Fühlte sich etwas nicht richtig an, auch wenn Sie es nicht genau benennen konnten? Diese frühen Warnsignale sind entscheidend. Doch viele von uns ignorieren sie, in der Hoffnung, dass unsere Bedenken mit der Zeit verblassen. Aber hier ist der Punkt. Diese anfänglichen Zweifel verschwinden selten von selbst. Stattdessen werden sie oft stärker und manifestieren sich auf verschiedene Weisen, wenn die Beziehung fortschreitet. Sie könnten sich dabei ertappen, Ausreden für das Verhalten Ihres Partners zu machen oder ständig Ihre eigenen Gefühle zu hinterfragen. Dieser innere Konflikt kann erschöpfend und emotional belastend sein. Das Ignorieren Ihrer Intuition kann schmerzhafte Konsequenzen nach sich ziehen. Sie könnten Monate oder sogar Jahre später aufwachen und feststellen, dass die Probleme, die Sie zu Beginn gespürt haben, nur schlimmer geworden sind. Bis dahin haben Sie beträchtliche Zeit und emotionale Energie in die Beziehung investiert, was es noch schwieriger macht, sich zu trennen. Warum ignorieren wir oft unsere anfängliche Intuition? Manchmal, weil wir von der Aufregung einer neuen Beziehung gefangen sind. Andere Male, weil wir Angst haben, allein zu sein oder Druck von Freunden und Familie verspüren, uns niederzulassen. Aber egal aus welchem Grund, das Zurückstellen Ihrer Bauchgefühle führt selten zu einer glücklichen, erfüllten Partnerschaft. Statt Ihre Intuition zu ignorieren, versuchen Sie, sich enger auf sie einzustimmen. Achten Sie darauf, wie Sie sich fühlen, wenn Sie mit Ihrem Partner zusammen sind. Fühlen Sie sich entspannt und wohl oder angespannt und nervös. Freuen Sie sich darauf, ihn zu sehen oder graut Ihnen vor der gemeinsamen Zeit. Diese Gefühle können wertvolle Einblicke in die Gesundheit Ihrer Beziehung geben. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Intuition nicht bedeutet, Ihren Partner streng zu beurteilen oder Perfektion zu erwarten. Es geht darum zu erkennen, wann etwas grundlegend für Sie nicht stimmt. Eine Beziehung sollte Ihr Leben bereichern, nicht Sie ständig ängstlich oder unzufrieden zurücklassen. Was passiert, wenn Sie Ihre anfängliche Intuition bereits ignoriert haben und sich tief in einer Beziehung befinden, die sich nicht richtig anfühlt? Ist es zu spät, auf Ihren Bauch zu hören, absolut nicht. Es ist nie zu spät, Ihre Situation neu zu bewerten und Änderungen vorzunehmen, die mit Ihren wahren Gefühlen und Bedürfnissen übereinstimmen. Ehren Sie Ihre Intuition in Ihrer aktuellen Beziehung? Oder haben Sie nagende Zweifel beiseite geschoben? Sich die Zeit zu nehmen, diese Fragen ehrlich zu beantworten, könnte der erste Schritt zu einer glücklicheren, gesünderen Zukunft sein, sei es innerhalb Ihrer aktuellen Beziehung oder allein. Eine der schmerzhaftesten Ironien in einer falschen Beziehung ist das tiefgreifende Gefühl der Einsamkeit, das sich einschleichen kann. Man könnte denken, dass man sich nicht einsam fühlen würde, wenn man mit jemandem zusammen ist. Aber oft ist das Gegenteil der Fall. Haben Sie sich jemals einsamer gefühlt, als Sie neben Ihrem Partner lagen, als zu der Zeit, als Sie Single waren? Diese paradoxe Einsamkeit rührt von einem Mangel an echter Verbindung her. In einer gesunden Beziehung sollten Sie sich verstanden, unterstützt und wertgeschätzt fühlen. In der falschen Partnerschaft fehlen diese wichtigen Elemente jedoch. Sie könnten feststellen, dass Sie Ihre wahren Gedanken und Gefühle nicht teilen können, aus Angst vor Beurteilung oder Ablehnung durch Ihren Partner. Diese emotionale Distanz kann sich zu einer Kluft entwickeln, die Sie isoliert fühlen lässt. Auch wenn Sie nicht physisch allein sind. Die Auswirkungen dieser Einsamkeit können verheerend sein. Sie könnten anfangen, sich von anderen Beziehungen zurückzuziehen, weil Sie glauben, dass niemand Sie wirklich versteht. Ihr Selbstwertgefühl kann einen Schlag erleiden, während Sie sich fragen, warum Sie sich nicht mit der Person verbinden können, die Ihnen am nächsten stehen sollte. Im Laufe der Zeit kann diese emotionale Isolation zu Depressionen und Angstzuständen führen. Was besonders herausfordernd an dieser Art von Einsamkeit ist, dass sie oft für andere unsichtbar ist. Von außen betrachtet könnten Sie in einer glücklichen Beziehung zu sein scheinen. Freunde und Familie könnten sogar Ihre scheinbar perfekte Partnerschaft beneiden. Diese Diskrepanz zwischen Erscheinung und Realität kann Sie noch isolierter fühlen lassen, als ob Sie der Einzige wären, der die Wahrheit Ihrer Situation sieht. Es ist wichtig zu erkennen, dass chronische Einsamkeit in einer Beziehung weder normal noch gesund ist. Eine gute Partnerschaft sollte Ihnen das Gefühl geben, verbunden, verstanden und unterstützt zu sein. Wenn Sie ständig gegen Gefühle der Isolation ankämpfen, könnte es an der Zeit sein, einen harten Blick auf Ihre Beziehung zu werfen. Fragen Sie sich, wann haben Sie sich das letzte Mal wirklich von Ihrem Partner gehört gefühlt? Fühlen Sie sich wohl, Ihre tiefsten Ängste und wildesten Träume mit ihm zu teilen? Oder zensieren Sie Ihre Gedanken und Gefühle, um den Frieden zu bewahren? Das Ansprechen dieser Einsamkeit erfordert oft eine ehrliche Kommunikation mit Ihrem Partner. Wenn Sie jedoch bereits versucht haben, Ihre Gefühle auszudrücken und sich nichts geändert hat, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass Sie in der falschen Beziehung sind. Ist die Einsamkeit in Ihrer Beziehung ein flüchtiges Gefühl oder ist sie zu einem ständigen Begleiter geworden? Den Unterschied zu erkennen, könnte der Schlüssel sein, Ihr emotionales Wohlbefinden zurückzugewinnen und echte Verbindung zu finden, sei es innerhalb Ihrer aktuellen Beziehung oder darüber hinaus. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihr Körper Ihnen Warnsignale über Ihre Beziehung senden könnte. Haben Sie unerklärliche Schmerzen und Beschwerden bemerkt, die häufiger auftreten? Das ist kein Zufall. Ihre körperliche Gesundheit kann ein direkter Spiegel Ihres emotionalen Zustands sein. Wenn Sie in einer unglücklichen Beziehung sind, trägt Ihr Körper oft die Hauptlast des Stresses. Es ist üblich, Muskelverspannungen im ganzen Körper zu erleben, insbesondere im Nacken, in den Schultern und im Rücken. Diese Verspannungen sind nicht nur unangenehm, sie können zu chronischen Schmerzen führen und im Laufe der Zeit ernsthaftere Gesundheitsprobleme verursachen. Denken Sie darüber nach, wie oft ertappen Sie sich dabei, Ihre Kiefer zu pressen oder Ihre Schultern zu verkrampfen, wenn Sie mit Ihrem Partner zusammen sind. Diese körperlichen Reaktionen sind die Art und Weise Ihres Körpers, sich gegen emotionalen Stress zu wappnen. Im Laufe der Zeit kann dieser ständige Zustand der Anspannung zu Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und sogar Verdauungsproblemen führen. Aber es geht nicht nur um Muskelverspannungen. Stress aus einer schlechten Beziehung kann sich auf verschiedene Weise in Ihrem Körper manifestieren. Sie könnten Veränderungen in Ihren Schlafmustern bemerken, Schlaflosigkeit oder unruhigen Schlaf erleben. Ihr Appetit könnte schwanken, was zu Gewichtszunahme oder Verlust führt. Manche Menschen entwickeln sogar Hautprobleme wie Akne oder Eczeme als Reaktion auf Beziehungsstress. Ein besonders aufschlussreiches Zeichen ist, wie Ihr Körper reagiert, wenn Sie Ihren Partner sehen sollen. Sie fühlen, fühlen Sie einen Knoten im Magen, beginnt Ihr Herz zu rasen und zwar nicht auf eine gute Weise. Diese körperlichen Reaktionen sind das Alarmsystem Ihres Körpers, das Sie warnt, dass etwas nicht stimmt. Es ist wichtig zu beachten, dass diese körperlichen Symptome nicht nur in Ihrem Kopf sind. Chronischer Stress, wie er in einer unglücklichen Beziehung erlebt wird, kann reale, messbare Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Er kann Ihr Immunsystem schwächen und Sie anfälliger für Krankheiten machen. Er kann auch zu Bluthochdruck beitragen und Ihr Risiko für Herzerkrankungen erhöhen. Aber hier ist die gute Nachricht, Ihr Körper ist unglaublich widerstandsfähig. Wenn Sie sich aus einer stressigen Situation entfernen, wie das Beenden einer schlechten Beziehung, können sich viele dieser körperlichen Symptome relativ schnell verbessern. Menschen berichten oft, dass sie das Gefühl haben, als wäre eine Last von ihren Schultern genommen worden. Und das ist nicht nur eine Metapher. Die körperliche Erleichterung kann genauso real sein wie die emotionale. Wie können Sie darauf achten, was Ihr Körper Ihnen sagt? Beginnen Sie damit, regelmäßige Körperscans durchzuführen. Nehmen Sie sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um sich körperlich zu überprüfen. Beachten Sie alle Bereiche von Verspannungen oder Unbehagen. Achten Sie darauf, wie Ihr Körper sich vor, während und nach Interaktionen mit Ihrem Partner fühlt. Ist Ihr Körper ständig im Kampf- oder Fluchtmodus, wenn Sie mit Ihrem Partner zusammen sind? Oder fühlen Sie sich in seiner Gegenwart entspannt und wohl? Ihre körperlichen Reaktionen können wertvolle Einblicke in die Gesundheit Ihrer Beziehung geben. Toxische Beziehungen beeinflussen nicht nur Ihre Emotionen und körperliche Gesundheit. Sie können auch Ihre kognitiven Funktionen beeinträchtigen. Haben Sie bemerkt, dass Sie sich bei der Arbeit schwerer konzentrieren können? Oder einfache Wörter in Gesprächen vergessen? Diese Probleme könnten direkt mit Ihren Beziehungsproblemen zusammenhängen. Wenn Sie in einer schlechten Beziehung sind, ist Ihr Geist oft von Sorgen, Streitereien und ungelösten Problemen besetzt. Dieses ständige mentale Geplapper kann es unglaublich schwierig machen, sich auf Aufgaben zu konzentrieren. Sie könnten feststellen, dass Sie denselben Absatz immer wieder lesen, ohne die Informationen aufzunehmen. Oder vielleicht machen Sie uncharakteristische Fehler bei der Arbeit, einfach weil Ihr Geist anderswo ist. Sprachprobleme sind ein weiteres häufiges Problem. Sie könnten Schwierigkeiten haben, die richtigen Worte zu finden, über Ihre Sprache zu stolpern oder sich schwer tun, sich klar auszudrücken. Das ist nicht nur frustrierend, es kann auch Ihr Berufsleben und andere Beziehungen beeinträchtigen. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem wichtigen Meeting und vergessen plötzlich einen Begriff, den Sie jeden Tag verwenden. Diese Aussetzer können Ihr Selbstvertrauen erschüttern und Ihren Stress verstärken. Die Wurzel dieser Probleme liegt oft in der ständigen Grübelei über Beziehungsprobleme. Ihr Gehirn arbeitet Überstunden, indem es Streitigkeiten wiederholt. Das Verhalten Ihres Partners analysiert oder plant, was Sie beim nächsten Konflikt sagen sollen. Diese mentale Last lässt wenig Raum für andere kognitive Prozesse, was zu diesen Konzentrations- und Sprachschwierigkeiten führt. Darüber hinaus kann der Stress einer schlechten Beziehung tatsächlich Ihre Gehirnchemie verändern. Chronischer Stress kann den Hippocampus, den Teil Ihres Gehirns, der für die Gedächtnisbildung und Abruf verantwortlich ist, beeinträchtigen. Dies kann zu Vergesslichkeit und Schwierigkeiten beim Lernen neuer Informationen führen. Schlafstörungen, die in problematischen Beziehungen häufig auftreten, können diese kognitiven Probleme noch verstärken. Wenn Sie nicht qualitativ hochwertigen Schlaf bekommen, hat Ihr Gehirn keine Chance, sich richtig auszuruhen und aufzuladen. Dies kann zu Gehirnnebel führen, der es noch schwieriger macht, sich zu konzentrieren und effektiv zu kommunizieren. Es ist entscheidend, diese Anzeichen für das zu erkennen, was Sie sind. Notrufe Ihres Gehirns. Wenn Sie feststellen, dass Sie ständig abgelenkt sind, Schwierigkeiten haben, Ihre Gedanken zu artikulieren oder wichtige Details vergessen, könnte es an der Zeit sein, die Auswirkungen Ihrer Beziehung auf Ihre geistigen Fähigkeiten zu bewerten. Finden Sie es zunehmend schwieriger, sich auf Ihre Arbeit oder Hobbys zu konzentrieren? Haben Sie oft das Gefühl, in einem geistigen Nebel zu sein? Dies könnten Anzeichen dafür sein, dass Ihre Beziehung Ihre kognitive Gesundheit beeinträchtigt. Ihr Darm wird oft als Ihr zweites Gehirn bezeichnet und das aus gutem Grund. Das Verdauungssystem ist unglaublich empfindlich gegenüber Stress und emotionalen Erschütterungen, was es zu einem Hauptziel für die negativen Auswirkungen einer problematischen Beziehung macht. Haben Sie eine Zunahme von Bauchschmerzen, Blähungen oder Veränderungen Ihrer Toilettengewohnheiten bemerkt? Diese könnten klare Anzeichen dafür sein, dass der Beziehungsstress Ihre Verdauungsgesundheit beeinträchtigt. Wenn Sie sich aufgrund von Beziehungsproblemen in einem ständigen Zustand der Angst oder Anspannung befinden, wird Ihre Kampf- oder Fluchtreaktion häufig aktiviert. Diese Reaktion lenkt den Blutfluss von Ihrem Verdauungssystem weg und konzentriert sich stattdessen darauf, Ihren Körper auf wahrgenommene Gefahren vorzubereiten. Infolgedessen kann Ihre Verdauung langsamer oder unregelmäßig werden, was zu einer Vielzahl unangenehmer Symptome führt. Verstopfung ist ein häufiges Problem für diejenigen in stressigen Beziehungen. Die Verlangsamung der Verdauungsprozesse kann zu seltenen Stuhlgang oder Schwierigkeiten beim Stuhlgang führen. Dies kann Unbehagen, Blähungen und ein allgemeines Gefühl der Schwere im Bauch verursachen. Auf der anderen Seite erleben manche Menschen Durchfall als Reaktion ihres Körpers auf Stress, was zu häufigen, dringenden Toilettengängen führt. Sodbrennen oder saurer Reflux ist ein weiteres Verdauungsproblem, das durch Beziehungsstress verschlimmert werden kann. Die erhöhte Produktion von Magensäure, verbunden mit Veränderungen der Essgewohnheiten, wie Stressessen oder Mahlzeiten auslassen, kann zu schmerzhaften Brennen in der Brust und im Rachen führen. Symptome des Reizdarmsyndroms, IBS, verschlimmern sich oft in Zeiten von Beziehungsstress. Wenn Sie bereits an dieser Erkrankung leiden, könnten Sie feststellen, dass Ihre Symptome schwerer oder häufiger auftreten. Für diejenigen, die es noch nie erlebt haben, kann der chronische Stress einer schlechten Beziehung manchmal das Auftreten auslösen. Übelkeit und Appetitlosigkeit sind ebenfalls häufig. Sie könnten feststellen, dass Ihnen bei dem Gedanken an Essen übel wird oder dass Ihr Appetit erheblich abnimmt. Dies kann zu unbeabsichtigtem Gewichtsverlust und Nährstoffmängeln führen, wenn es unbeachtet bleibt. Es geht nicht nur um die direkten Auswirkungen von Stress, die diese Probleme verursachen. Oft greifen Menschen in unglücklichen Beziehungen auf ungesunde Bewältigungsmechanismen zurück, die ihre Verdauungsgesundheit weiter beeinträchtigen. Dies könnte übermäßiges Essen umfassen, insbesondere von fettreichen und zuckerhaltigen Komfortlebensmitteln oder erhöhten Alkoholkonsum. Beide können Ihr Verdauungssystem durcheinander bringen und die durch Stress verursachten Probleme verschärfen. Schlafstörungen, die in problematischen Beziehungen häufig auftreten, können ebenfalls Ihre Verdauung beeinflussen. Ihr Verdauungssystem ist auf einen regelmäßigen Schlaf-Wachzyklus angewiesen, um richtig zu funktionieren. Wenn dieser Zyklus gestört ist, kann dies zu weiteren Verdauungsproblemen führen. Die Auswirkungen dieser Verdauungsprobleme gehen über das physische Unbehagen hinaus. Chronische Verdauungsprobleme können zu Nährstoffmängeln, geschwächter Immunfunktion und sogar zu psychischen Gesundheitsproblemen führen. Die Verbindung zwischen Darm und Gehirn ist stark und anhaltende Verdauungsprobleme können zu Angstzuständen und Depressionen beitragen. Greifen Sie ständig zu Antazider oder Medikamenten gegen Durchfall. Vermeiden Sie Mahlzeiten aufgrund von Bauchbeschwerden? Ihr Körper könnte versuchen, Ihnen etwas Wichtiges über den Zustand Ihrer Beziehung durch diese Verdauungssymptome zu sagen. Ihr Immunsystem, die Abwehr des Körpers gegen Krankheiten und Infektionen, ist nicht unempfindlich gegenüber den Auswirkungen einer problematischen Beziehung. Tatsächlich kann der ständige Stress einer unglücklichen Partnerschaft, die Fähigkeit Ihres Körpers, Infektionen zu bekämpfen und die allgemeine Gesundheit zu erhalten, erheblich schwächen. Haben Sie bemerkt, dass Sie öfter Erkältungen bekommen oder länger brauchen, um sich von Krankheiten zu erholen? Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Beziehungsstress Ihr Immunsystem beeinträchtigt. Wenn Sie sich in einem Zustand chronischen Stresses befinden, produziert Ihr Körper höhere Mengen an Stresshormonen wie Cortisol. Während diese Hormone in kurzen Schüben von Vorteil sind, kann eine verlängerte Exposition das Immunsystem unterdrücken. Diese Unterdrückung macht Sie anfälliger für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen, von Erkältungen bis hin zu schwereren Infektionen. Eine der auffälligsten Auswirkungen ist eine Zunahme der Häufigkeit von kleineren Krankheiten. Sie könnten feststellen, dass Sie jede Grippe erwischen, die im Büro umgeht, oder dass Ihre Symptome schwerer sind, als Sie früher waren. Das ist nicht nur Pech, es ist eine direkte Folge Ihrer geschwächten Abwehrkräfte. Die Heilungszeiten für Wunden und Infektionen können sich ebenfalls verlängern. Wenn Ihnen aufgefallen ist, dass Schnitte länger brauchen, um zu heilen, oder dass sie anfälliger für Hautinfektionen sind, könnte dies ein weiteres Zeichen für ein beeinträchtigtes Immunsystem sein. Die Fähigkeit Ihres Körpers, sich selbst zu reparieren, ist eng mit der Funktion des Immunsystems verbunden. Und wenn diese beeinträchtigt ist, verlangsamt sich die Heilung. Autoimmunerkrankungen können durch Beziehungsstress ausgelöst oder verschlimmert werden. Diese Erkrankungen, bei denen das Immunsystem fälschlicherweise gesunde Zellen im Körper angreift, stehen oft im Zusammenhang mit Zeiten intensiver emotionaler Belastung. Wenn Sie eine bestehende Autoimmunerkrankung haben, könnten Sie feststellen, dass Ihre Symptome mit Beziehungsproblemen zunehmen. Die Auswirkungen sind nicht nur physisch. Ein geschwächtes Immunsystem kann auch Ihre psychische Gesundheit beeinträchtigen. Die Verbindung zwischen dem Immunsystem und dem Gehirn ist gut etabliert und eine beeinträchtigte Immunfunktion kann zu Gefühlen von Müdigkeit, Depression und Angst beitragen. Schlafstörungen, die in stressigen Beziehungen häufig auftreten, verschärfen das Problem weiter. Qualitativ hochwertiger Schlaf ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines starken Immunsystems. Und wenn Ihr Schlaf ständig gestört ist, wird die Fähigkeit Ihres Körpers, Infektionen zu bekämpfen, weiter geschwächt. Es ist ein Teufelskreis. Beziehungsstress schwächt Ihr Immunsystem, macht sie anfälliger für Krankheiten, was wiederum mehr Stress in Ihrem Leben und in Ihrer Beziehung verursacht. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, erfordert oft die Auseinandersetzung mit der eigentlichen Ursache, den Beziehungsproblemen selbst. Finden Sie sich ständig damit konfrontiert, eine Krankheit nach der anderen zu bekämpfen? Haben Sie das Gefühl, dass die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Körpers niedriger sind als früher? Ihr Immunsystem könnte Ihnen wichtige Signale über den Zustand Ihrer Beziehung senden. Eine Beziehung, die nicht funktioniert, kann einen schweren Schatten auf Ihr ganzes Leben werfen und oft zu Gefühlen von Depression und einem tiefen Mangel an Motivation führen. Haben Sie eine anhaltende Traurigkeit bemerkt, die alles zu färben scheint, was Sie tun? Oder kämpfen Sie vielleicht damit, die Energie aufzubringen, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die Sie einst genossen haben? Dies könnten klare Anzeichen dafür sein, dass Ihre Beziehung einen ernsthaften Tribut von Ihrer psychischen Gesundheit fordert. Depressionen im Kontext einer problematischen Beziehung schleichen sich oft langsam ein. Zuerst könnten Sie sich nur etwas öfter niedergeschlagen oder reizbar fühlen als sonst. Aber im Laufe der Zeit können sich diese Gefühle vertiefen und zu einem allumfassenden Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung führen. Sie könnten feststellen, dass Sie sich von Freunden und Familie zurückziehen, das Interesse an Hobbys verlieren oder Schwierigkeiten haben, Freude an Dingen zu finden, die Ihnen früher Spaß gemacht haben. Ein Mangel an Motivation geht oft Hand in Hand mit dieser Depression. Aufgaben, die einst überschaubar waren, erscheinen nun unüberwindbar. Sie könnten Schwierigkeiten haben, morgens aus dem Bett zu kommen, wichtige Arbeitsprojekte aufzuschieben oder Haushaltsaufgaben anzuhäufen. Dies ist keine Faulheit. Es ist ein Symptom der emotionalen Erschöpfung, die durch Ihre Beziehungsprobleme verursacht wird. Schlafmuster sind ebenfalls oft betroffen. Sie könnten feststellen, dass Sie übermäßig schlafen, um Ihren Problemen zu entfliehen oder im Gegenteil unter Schlaflosigkeit leiden, weil Sie sich Sorgen über Ihre Beziehung machen. In beiden Fällen kann diese Störung Ihres Schlafzyklus die Gefühle der Depression verschlimmern und Ihre Motivation weiter schwächen. Ein weiteres häufiges Symptom ist ein Gefühl der Wertlosigkeit oder ein niedriges Selbstwertgefühl. Ständige Kritik oder fehlende Unterstützung durch einen Partner können im Laufe der Zeit Ihr Selbstbewusstsein erodieren und dazu führen, dass Sie an Ihren eigenen Fähigkeiten und Ihrem Wert zweifeln. Dies kann eine sich selbst erfüllende Prophezeiung schaffen, bei der Sie in verschiedenen Bereichen Ihres Lebens schlechter abschneiden, weil Sie nicht mehr an sich selbst glauben. Physische Symptome begleiten oft diesen emotionalen Zustand. Sie könnten Veränderungen im Appetit feststellen, die zu Gewichtszunahme oder Verlust führen. Kopfschmerzen, Körperschmerzen und Verdauungsprobleme sind ebenfalls häufig, da die Verbindung zwischen Geist und Körper bedeutet, dass sich Ihre emotionale Belastung körperlich manifestiert. Die Auswirkungen dieser Depression und des Motivationsverlustes können sich auf alle Bereiche Ihres Lebens ausweiten. Ihre Arbeitsleistung könnte leiden, Freundschaften könnten angespannt werden und Sie könnten beginnen, Ihre körperliche Gesundheit zu vernachlässigen. Es ist eine Abwärtsspirale, aus der es schwer ist, auszubrechen, besonders wenn Sie noch in der Beziehung sind, die diese Gefühle verursacht. Fällt es Ihnen zunehmend schwerer, das Positive im Leben zu sehen? Kämpfen Sie darum, die Energie für Aufgaben aufzubringen, die früher mühelos waren? Ihr Geisteszustand könnte Ihnen wichtige Nachrichten über den Zustand Ihrer Beziehung senden. Das Hormonsystem Ihres Körpers ist ein empfindliches Gleichgewicht, das leicht durch emotionale Turbulenzen gestört werden kann. Eine toxische Beziehung kann dieses System ins Chaos stürzen und alles von Ihrer Stimmung bis zu Ihrer körperlichen Gesundheit beeinflussen. Haben Sie Veränderungen in Ihren Energieniveaus, Ihrem Verlangen nach körperlicher Intimität oder sogar Ihrem Menstruationszyklus bemerkt? Dies könnten alles Anzeichen für hormonelle Ungleichgewichte sein, die durch Beziehungsstress ausgelöst werden. Eine der auffälligsten Auswirkungen ist oft eine Veränderung Ihres Verlangens nach körperlicher Nähe. Sie könnten feststellen, dass Sie weniger an intimen Momenten interessiert sind, nicht nur mit Ihrem Partner, sondern allgemein. Dies ist nicht einfach eine Frage der emotionalen Distanz. Es ist eine physiologische Reaktion auf Stress. Wenn Sie ständig angespannt sind, produziert Ihr Körper mehr Cortisol, das Stresshormon. Hohe Cortisol-Spiegel können die Produktion anderer wichtiger Hormone unterdrücken und zu einem verringerten Interesse an körperlicher Zuneigung führen. Aber es geht nicht nur um Intimität. Hormonelle Ungleichgewichte können Ihren ganzen Körper beeinflussen. Sie könnten unerklärliche Gewichtszunahme oder Verlust bemerken, besonders um Ihre Taille. Dies liegt daran, dass Cortisol beeinflussen kann, wo Ihr Körper Fett speichert. Oft zu einer erhöhten Bauchfettbildung führend, selbst wenn Sie Ihre Ernährungs- oder Bewegungsgewohnheiten nicht geändert haben. Schlafstörungen sind ein weiteres häufiges Problem. Der Stress einer schlechten Beziehung kann die Produktion von Melatonin, dem Hormon, das den Schlaf reguliert, stören. Dies kann zu Schlaflosigkeit oder unruhigem Schlaf führen, was Sie tagsüber erschöpft und reizbar macht. Und es ist ein Teufelskreis. Schlafmangel kann Ihre hormonelle Balance weiter stören und andere Symptome verschlimmern. Stimmungsschwankungen sind ebenfalls ein Kennzeichen hormoneller Ungleichgewichte. Sie könnten feststellen, dass Sie ohne ersichtlichen Grund reizbar, ängstlich oder deprimiert sind. Diese Stimmungsschwankungen können schnell und intensiv sein und Sie emotional instabil fühlen lassen. Diese Instabilität kann Ihre Beziehung und andere Aspekte Ihres Lebens weiter belasten. Für Frauen können hormonelle Ungleichgewichte den Menstruationszyklus beeinflussen. Sie könnten unregelmäßige Perioden, schwerere PMS-Symptome oder sogar Veränderungen in der Fruchtbarkeit bemerken. Diese Probleme können besonders belastend sein, wenn Sie versuchen, schwanger zu werden oder immer regelmäßige Zyklen hatten. Auch Männer sind nicht immun gegen diese Effekte. Wichtige Hormonspiegel können als Reaktion auf chronischen Stress sinken, was zu verringerter Muskelmasse, niedrigeren Energieniveaus und sogar Schwierigkeiten mit körperlicher Intimität führen kann. Die Auswirkungen dieser hormonellen Veränderungen gehen über physische Symptome hinaus. Sie können Ihre kognitive Funktion beeinflussen, was zu Gehirnnebel, Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisproblemen führt. Sie könnten feststellen, dass Sie wichtige Daten vergessen oder sich bei der Arbeit schwerer konzentrieren können. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese hormonellen Ungleichgewichte nicht nur in Ihrem Kopf sind. Sie sind reale, messbare Veränderungen in der Chemie Ihres Körpers, die durch den Stress einer ungesunden Beziehung ausgelöst werden. Ihr Körper befindet sich im Wesentlichen in einem ständigen Alarmzustand und bereitet sich auf wahrgenommene Bedrohungen vor, auch wenn keine unmittelbare Gefahr besteht. Erleben Sie unerklärliche physische oder emotionale Veränderungen? Haben Sie eine Verschiebung in Ihren Energieniveaus oder Ihrer Stimmung bemerkt, die Sie anderen Faktoren nicht zuschreiben können? Dies könnten Anzeichen dafür sein, dass Ihre Beziehung Ihre hormonelle Balance beeinträchtigt. Im Laufe dieses Videos haben wir die vielen Wege erkundet, wie eine falsche Beziehung Ihr Leben beeinflussen kann, von der körperlichen Gesundheit bis zum emotionalen Wohlbefinden. Es ist entscheidend zu verstehen, dass eine gesunde Partnerschaft Ihr Leben bereichern, nicht vermindern sollte. Wenn Sie mehrere der besprochenen Anzeichen in Ihrer eigenen Beziehung erkannt haben, ist es an der Zeit, Ihre Situation gründlich zu überdenken. Denken Sie daran, das Erkennen dieser Probleme bedeutet nicht, dass Sie versagt haben. Im Gegenteil, es zeigt Stärke und Selbstbewusstsein zu erkennen, wann etwas nicht funktioniert. Ihr Körper und Geist haben Ihnen Signale gesendet. Jetzt liegt es an Ihnen, zuzuhören und zu handeln. Maßnahmen zu ergreifen könnte bedeuten, ein ehrliches Gespräch mit Ihrem Partner über Ihre Bedenken zu führen. Es könnte die Suche nach professioneller Hilfe durch Paartherapie umfassen. In einigen Fällen könnte es die schwierige Entscheidung bedeuten, die Beziehung zu beenden. Welchen Weg Sie auch wählen, priorisieren Sie Ihr Wohlbefinden. Eine gute Beziehung sollte Freude, Unterstützung und Wachstum in Ihr Leben bringen. Sie sollte Ihnen das Gefühl geben, wertgeschätzt, respektiert und geliebt zu sein. Wenn Ihre aktuelle Situation weit von diesem Ideal entfernt ist, wissen Sie, dass Sie Besseres verdienen. Veränderungen können beängstigend sein, aber in einer Situation zu bleiben, die Ihre körperliche und geistige Gesundheit schädigt, ist auf lange Sicht weitaus gefährlicher. Sie haben die Macht, ein glücklicheres, gesünderes Leben für sich selbst zu schaffen. Während Sie voranschreiten, achten Sie darauf, wie Sie sich fühlen. Beachten Sie, ob sich die besprochenen Symptome verbessern, wenn Sie Veränderungen vornehmen. Ihr Körper und Geist werden Ihnen dafür danken, dass Sie Schritte in Richtung eines positiveren und erfüllenderen Lebens unternehmen. Sie sind auf dieser Reise nicht allein. Wenden Sie sich an vertrauenswürdige Freunde, Familie oder Fachleute, um Unterstützung zu erhalten. Ihr Glück und Wohlbefinden sind es wert, darum zu kämpfen. Machen Sie heute den ersten Schritt in Richtung der liebevollen, unterstützenden Beziehung, die Sie wirklich verdienen. Untertitelung im Auftrag des Präsidents